Warum heikert sich der Penner? Kannst du Damage machen, so viel wie es geht? Oh Gott, mein Lerberlusthaut! Lauf um dein Leben! Oh mein Gott! Wieso greifen die auch alle mich an? Hi! Jupp, die Typen da in dem Video, das sind wir. Ihr wundert euch vermutlich, wie es zu dem ganzen Chaos kam. Am besten fangen wir beim Anfang an. Wir sprechen hier natürlich von, wir machen jetzt mal ganz suizidal einen Dungeon zu zweit. Dadurch, dass das Questen so einfach ist. Oh Gott, mach mir Damage! ...Camps, die ich da durchziehen würde. Nein! Ich bin tot. Au, au, au! Ah, wenn kann man nicht sammeln! Das macht Vollfall! Versuch's mal! Hör! Ja, geht! 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 Ich hab das Schafgehirn! Oh mein Gott! Wo bin ich? Ich bin zwischen der Map, alter! What the fuck ist hier los? Äh, wo bist du? Oh, du da! Verrecker alleine, so wie du mich verrecken kannst! Was denn weißt du? Mann! Beim ersten Wipe bin ich dreimal gestorben, Mann! Ich bin der Allerbeste! Jupp! Lern mal, wie ich... Guck mal, wie ich der Meister fänge! Ich hab mich stressig an! Lern mal. Okay. Das heißt, wir brauchen zu dem... ...Wipe-Counter und dem Kassi-Tot-Counter noch einen... ...Wipe's wegen Kassi-Counter. Ja! Ist das jetzt das fünfte Portal? Sag mir nicht, dass es das fünfte Portal ist. Was da ist noch eins? Wir müssen das andere noch killen, alter! Ja! 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 Outro